Da 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 damn ist es heiß in der Maske, Mann. Okay. Servus Leute, der Lappen, begrüßt euch damit. Herzlich Willkommen hier zu diesem Video. Yo, könnt ihr euch noch dran erinnern an diesen Satz, ja jetzt wird dann demnächst ganz viel kommen und ich werde so produktiv sein und jeden Tag ein Video. Good one, würde ich sagen, meine Freunde. Good one. Ist natürlich nicht geschehen, ich melde mich nach gefühlten 5 Jahren mal wieder. DHL war heute da, Grüße gehen an den DHL-Paketboten raus Er hat mir heute ein paar Sachen vorbeigebracht Die werde ich euch einfach kurz mal zeigen Weil ich jetzt wieder, ja, ich muss es leider wieder sagen Vorhabe mehr zu machen, überhaupt was zu machen BO4 steht vor der Tür, ja, da wollen wir natürlich alle richtig schön grinden Ich habe jetzt ein paar Sachen bestellt, die ich noch brauchte zum Streamen Damit einfach alles schakusell ist Wir packen es einfach mal kurz aus und schauen uns an, was wir haben So, da hätten wir das Rode NT-USB, ja Mit einem Standfuß Mikrofon selbst Genau, mit so einem Pop-Shot schon dran Den werde ich aber wahrscheinlich dann wegmachen Weil ich mir so eine Spinne hole Die ich dann da oben, bäm, hinmachen werde Wie gesagt, nur ganz kurz, was drin ist, was ich mir überhaupt bestellt habe Das Mikrofon ist weiter, aber das offensichtlichste So, das werden wir zusammen mit meinem sexy Fuß aufmachen Ich brauch unbedingt noch irgendein Statut, das über mir hält oder so So, da haben wir Gute Frage, was das überhaupt ist Was ist hier drin? Was hat mir Santa Claus mitgebracht? Arme nach Schatten So, jetzt können wir uns das hier mal kurz anschauen Ihr seht es Ihr könnt euch jetzt ja mal überlegen, was könnte in den anderen Paketen noch drin sein Wir haben hier ein fettes weißes Kondom gefüllt Also, irgendein Paket zählt noch dazu Es sieht auch wohl aus wie ein Ringlicht, oder, meine Freunde? Ist es vielleicht ein Ringlicht? Ja? Man weiß es nicht Man weiß es nicht Von der guten Marke Niva, oder Neva, oder keine Ahnung wie man die Kacke ausspricht Von Amazon ist es 80 Euro, oder so hat es gekostet Das ersetzt meine Softboxen jetzt, weil ich da in die Mitte von dem Ringlicht meine Webcane rein Und dann ist es perfekt ausgeleuchtet Das baue ich dann gleich auf und zeige es einfach mal, wenn es aufgebaut ist Dann brauchen wir es nicht rein rum machen Und das Ding baue ich jetzt wahrscheinlich auch nicht Muss ich mal schauen, wie gut das ist Aber das Ringlicht ist auf jeden Fall mal nice Weil man da jetzt eben auch, wenn man jetzt nähere Sachen machen will Die Kamera zum Beispiel, die ich jetzt hier ab reinstellen könnte Und dann ist man perfekt ausgeleuchtet Also Ringlicht ist schon auf jeden Fall geiler als Softboxen Man kann es hier an dem Ding Kann man das runter regulieren, dass es heller und dunkler ist Ich denke mal, ganz hell ist am sinnvollsten Und dann eben hier habe ich die Kamera rein I'm so sorry, aber ich muss die Kamera jetzt ein bisschen anders hinstellen Weil das Paket einfach zu groß ist Und das Ganze hier ist jetzt von Elgato Wie gesagt, wer weiß, was es ist Es kann eigentlich nur eine Sache von Elgato sein Wenn man überlegt Und sich ein bisschen auskennt Dann weiß man schon, was hier drin ist, meine Freunde Ein bisschen übertrieben, ja Aber es ist geil Bruder, übertreib deine Lage nicht Das ist jetzt die fetteste Ding ist, Alter Kranker Scheiß Boah, das ist massiv und geil und schwer Gutal, Alter Gutal, Alter Wo geht's auf? Wo geht's auf? Ich habe es gerade drauf, jetzt würde ich es reiten, Alter Oh, oh, Baby Damn, Daniel Der Elgato-Logo Man Dann zieht man das Ding einfach nur hoch Und damit habt ihr einen verfickten knitterfreien Greenscreen So schnell auf und ab gebaut Der passt überall hin, ja Es ist nicht aus Plastik Es ist so, ja, keine Ahnung was Es ist auf jeden Fall massiv Es sieht mega geil aus Der Greenscreen, ohne Witz, Mann Klar, 150 Tacken, ja Auf meinen Nacken Schon extrem teuer So will ich ja nicht sagen Aber guckt euch, was ihr bekommt, Alter Zum Streamen, Mann Fuck my life, man It's so fucking good, man Look at this shit Look at this shit, man Ja, leck mich am Arsch Ist das eine geile Scheiße, Elgato Krasser Scheiße Elgato hat es jetzt echt nur guten Kack rausgebracht Schauen wir mal Also jetzt werde ich sich alles mal einrichten Und vielleicht gibt es dann die nächsten Tage schon den ersten Stream Weil ich jetzt schon Bock habe Fett zu streamen, Alter Also richtig Bock Mike muss noch rein Darauf habe ich richtig spinne Aber erst morgen Und ja, in diesem Sinne Bleibt aktiv, meine Freunde Bleibt am Start BO4 zusammen BO4 zusammen, Leute Ich bin dabei Wenn ihr auch dabei seid Dann kann da nichts mehr schieflaufen In diesem Sinne Haut da raus Vielen Dank fürs Anschauen Bis zum nächsten Mal Lappen verabschiedet sich Tschauzen Er ist ne lebende Legende Er hat Leben beendet Er hat die Quader neu gesetzt So wie Gretel und Hensel YouTube Neustart Mixed da Easy gestartet Und easy geblieben Er hat die Friends, die ihn lieben Die Boys, die ihn schieben Aber immer noch bescheiden Im Nemo-Kriegen Ja, der Lappen ist Chef Der Lappen bestimmt, wenn er so will Es ist der Lappen, der gewinnt Ich hab der Lappen, der rennt Der Lappen ist trend Der Lappen besiegt dich Der Lappen ist champ Und keiner hat den Skill Und keiner hat den Skill Und keiner hat den Skill Ja, der ballert dich weg Er gibt dir bleib, bist du verrätst Der hat die Backsnap und Blackshades Jack of Spades Ja, bis er wieder thront So wie gewohnt Ja, der Einzel, der entschlägt Ist ein eigener Klon Und keiner hat den Skill Und keiner hat den Skill